Hallo, in diesem Video werde ich MinTerm und MaxTerm erklären. Ich habe hier mal eine Tabelle gezeichnet und wir sehen hier drei verschiedene Eingänge, A, B, C und wir haben einen Ausgang. Und ich habe mal die ganzen Einser-Ausgänge mit rot markiert. So, das sehen wir hier. Okay, was ist ein MinTerm? Ein MinTerm ist einfach nur etwas, was sagt, wann es 1 wird. Das heißt, ein MinTerm würde zum Beispiel das hier in irgendeiner Form beschreiben und das hier in irgendeiner Form beschreiben und auch das und das und das. Wie schreibt man einen MinTerm? Wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Teil hier beschreiben wollen, dann wissen wir, okay, A muss 0 sein, B muss 0 sein, C muss 1 sein. Wir können aber jetzt nicht sowas schreiben wie A gleich 0 und B und so. Also gibt es dafür eine andere Schreibweise. Und zwar heißt das nicht A und nicht B und C. Wenn man will, kann man das noch einklammern hier. Und dieser sogenannte MinTerm beschreibt einfach nur genau diese Zeile. Nämlich, wenn ich A umdrehe, wenn hier der Eingang 0 ist und ich A aber umdrehe, dann habe ich hier 1. Und wenn ich B in den Eingang umdrehe, wie hier mit dem Not, dann habe ich auch 1. Und C ist ganz normal, ist 1. Also 1, 1, 1 wird das dann und dann ist 1. Warum wird es 1, 1, 1? Weil ich ja das hier umdrehe und das hier umdrehe. Genau so sieht es hier auch aus. So. Wer ein paar Probleme hat mit der Logik, warum das Not und warum das Und sein muss, der kann sich ja einfach nur merken, beim MinTerm ist es Not und Und. Und er beschreibt immer das, was es sein soll. Dann kommen wir mal zum MaxTerm. Und der MaxTerm beschreibt einfach genau das Gegenteil. Der sagt nicht wie der MinTerm, wann es immer 1 sein wird, sondern der sagt einfach, der beschreibt einfach, wann es immer 0 sein wird. Das heißt, der beschreibt diese Zeile, diese Zeile und diese Zeile. Wir gehen nochmal kurz zurück, nur um eine Brücke zu schlagen. Der MinTerm, habe ich ja gesagt, beschreibt, wann es immer 1 sein wird. Was der MinTerm macht, ist, er setzt alle Variablen auf 1. Weil wenn die hier 0 ist, wird sie ja dadurch 1. MaxTerm, äh, das war ein Fehler. Der MaxTerm, auf der anderen Seite, der beschreibt immer, wann es 0 sein wird. Das heißt, er will alles auf 0 setzen. Das heißt, wir haben einfach A, B und C. Die sind ja schon alle 0 hier oben. Die sind aber jetzt nicht mit Und verknüpft, sondern in diesem Fall sind sie mit einem Oder verknüpft. MaxTerm macht eine Oder-Verknüpfung. Auch hier unten. Wobei man hier aufpassen muss, hier steht ja eine 1. Also müssen wir die auch auf 0 setzen. Und C ist schon 0. Und wenn man möchte, auch hier nochmal die Klammern. So, dass man sie nicht mit dem C verwechselt. So, ich fasse nochmal zusammen. Was will ich klar machen in diesem Video? Ein MinTerm sagt, wann es immer 1 wird. Also nicht, wann es immer 1 wird, aber ein MinTerm beschreibt eine Folge von Eingängen, die dann zu 1 werden. So, das ist die richtige Aussage. Und ein MaxTerm beschreibt einen Ausgang, der 0 werden wird. So, ich hoffe, man sieht jetzt mal an den Tabellen, dass das einfach das Unterschiedliche, einfach das Kompliment ist. Man kann sich also überlegen, wenn ich jetzt irgendwie diese Schaltung hier beschreiben soll, in Form meiner Logikformel, dann überlege ich mir einfach, okay, soll ich jetzt MinTerme, MaxTerme nehmen? Ich gucke also, was ist mehr? Wenn ich mehr Nullen habe, in diesem Fall habe ich weniger Nullen, ich habe ja hier ziemlich viele Einsen, dann wäre es jetzt blöd, wenn ich Einsen schreibe, wäre es blöd, wenn ich das mit MinTerm beschreibe, weil ich muss ja 5 Dinger schreiben. Wenn ich das Ganze mit MaxTerm aber beschreibe, habe ich nur genau diese drei Teile und dann habe ich also weniger Schreibarbeit. Und vielleicht auch nachher, wenn ich wirklich einen Kreislauf zusammensetze, vielleicht auch weniger Bauarbeit. Und das soll es dann auch schon gewesen sein.